Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video erkläre ich euch, warum Indien trotz erfolgreicher Qualifikation nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 teilgenommen hat. Die WM 1950 fand wie 2014 in Brasilien statt. Zwei Jahre zuvor hatte die Fußballauswahl des gerade unabhängig gewordenen Indien bei den Olympischen Spielen in London für Aufsehen erregt. Nicht nur, weil sie nur knapp gegen Frankreich in der ersten Runde mit 1 zu 2 sehr, sehr knapp verloren, sondern größtenteils, weil die Spieler Indiens das gesamte Spiel über ohne Schuhe, sondern barfuß gespielt haben. Der Weltfußballverband FIFA wollte für die Fußball-Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien mal ein Team aus Asien dabei haben. Um diesem Wunsch nachzugehen, richteten die FIFA-Organisatoren eine Extra-Quali-Gruppe nur für FIFA-Mitglieder aus Asien ein. Vier Mannschaften aus Asien melden sich ursprünglich für die WM-Quali an. Nachdem aber alle Teams außer Indien ihre Teilnahme aus verschiedenen Gründen zurückgezogen hatten, war Indien kampflos und sofort direkt für die Weltmeisterschaft 1950 qualifiziert gewesen. Später verzichtete aber Indien auf sein Startrecht und nahm nicht teil. Aber hier kommen wir wieder zurück zu unserer Frage. Warum wollte Indien trotz erfolgreicher Qualifikation nicht an der Fußball-Weltmeisterschaft 1950 in Brasilien teilnehmen? Der Grund für die Nichtteilnahme Indiens war eine Regeländerung bezüglich des Schuhwerks. Die Inder legten großen Wert darauf, barfuß spielen zu dürfen. Am 19. März 1950 wird über dieses Thema bei einer Sitzung der FIFA in Zürich entschieden. Die Juristen beugten sich über die Regelmente und erklären, gemäß in Artikel 4 im International Board festgelegten Spielregeln gehöre ordentliches Schuhwerk zur Grundausstattung jedes Spielers. Es werde deshalb angeordnet, dass jeder Spieler bei der Weltmeisterschaft mindestens leichtes Schuhwerk tragen müsse. Die Inder schrieben daraufhin nach Europa. Man habe doch beim Olympischen Fußballturnier barfuß gespielt. Die FIFA schreibt zurück, wir sind nicht bei der Olympiade. Wir haben unsere eigenen Regel. Es gehe nicht ohne Schuhe. Aus Indien kam vorerst keine Post mehr. Bis am 24. Mai 1950, zwei Tage vor der WM-Gruppenauslosung in Rio, ein Telegramm in das FIFA-Hauptquartier in Zürich hereinferterte, in den Indien ohne Angaben von Günden nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen möchte. Als Begründung wird trotzdem von vielen oft angegeben, dass die FIFA kurz zuvor Fußballspielen ohne Schuhe verboten hatte. Und weil es den Indern nicht gefallen hat, haben sie die WM boykottiert oder sind da gar nicht angetreten. Andere Gründe dürften, daneben finanzielle Belastung der weiten Reise und laut den Erinnerungen von damaligen indischen Nationalspieler Sailen Manas, dass die Olympischen Spiele viel bedeutender für Indien sind als eine Fußball-Weltmeisterschaft. Auch diskutiert wurde darüber, ob Indien gut genug ist und konkurrenzfähig ist. Danach nahm die Mannschaft erst wieder im Vorfeld der WM 1986 an Qualifikationsspielen teil, qualifizierte sich jedoch nie wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ja Leute, was ist eure Meinung? Ist es verständlich oder nicht? Keine Ahnung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wird sich Indien irgendwann mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und abonniert gerne meinen Kanal und ciao!